Herzlich Willkommen im Channel MyGamesClub Wir sind stehen geblieben vor dem Typ mit der Schrotflinte und der kleinen Flasche vor den Beinen Und dann schauen wir mal wie wir hier dran vorbeikommen Also vielleicht so ein Trickjump über den Schalter irgendwie drüber und da wird die Flasche bestimmt zu Bruch gehen Deswegen schauen wir nach einer Alternative Und das war jetzt auch keine sehr lange Suche nur gucken dass ich hier nicht runterfalle Oh, da kann man gar nicht runterfallen, ok Oh, dann gehen wir mal weiter nach oben Was haben wir hier? Eine Tür Und da kommt die Musik schon Heikel ein Foto schießen Heikel ein Foto schießen Okay Ja Okay, ich hab verloren Ich weiß jetzt auch gar nicht eigentlich warum Wir spawnen auf jeden Fall wieder vor der Tür Dann gehen wir nochmal rein Oh, das ist kräftig Das ist kräftig Okay, die gehen jetzt irgendwie in Position Und die haben halt eine Information Dass da halt nukleare Waffen sind Das wird hier auch Alarm ausgelöst Und Ja, ich hab keine Ahnung was da eben falsch gelaufen ist Auf jeden Fall sind da jetzt irgendwie unsere Jungs eingedrungen Und kämpfen wohl gegen die anderen Da kommen wir nicht rein Aber unten ist schon noch ein Kerl Machen wir die Diegel Und ja, da können wir hier schön hergehen Da könnten wir direkt weitergehen Gucken wir jetzt was hier unten los ist Ein bisschen Muni Na Medikit, da komm ich eh nicht mehr hin Und Ja, dann gehen wir mal hier hoch Na komm Na komm Komm Okay, jetzt ist ein Aufzug Hm Komme ich hier aber wieder hoch? Nee Okay Ist irgendwas kaputt gegangen Wir gehen auf jeden Fall weiter runter Na, das sind Feinde Okay Die haben wir fertig gemacht Oh, und jetzt gehen wir mal Oh, komm, komm, komm Lauf Medikit, Medikit Ach, sehen wir später Das war auch ein Feind Ich bin grad Okay, das ist einer von uns Wir sehen irgendwie gleich aus Ich kann die ganze unterscheiden Oh, oh Ja, das war's erstmal Let's move Okay, hier gibt's sonst nichts mehr Die Waffe ist auch fast leer Muss ich auch schnell das Medikit von hinten mit Für meine vier Leben aufzuladen Hä? Habe ich mir jetzt noch nicht eben Eingesabelt Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade Auf jeden Fall Hier hinten geht's wohl weiter Das ist wohl schon der Nuklearsprengkopf Muss ich hier irgendein Voto von machen oder sowas Na komm mit Okay, die Die Nukle wurde Oh, Gott Was ist hier los? Die Nukle wurde verloren Und, äh Ich muss hier Dem Führer folgen Irgendwie Und er hat das Tor geöffnet Damit wir hier rein Kommen Oh, da liegt eine gute Waffe Da freue ich mich schon Natürlich direkt drüber Und hier ist eigentlich ein Medikit Kann ich hier irgendwie machen? Oh, 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 oh Okay, ich hätte das schon Das geschafft müssen Gucken, was uns hier erwartet Okay Habe ich schon gedacht Dass ich mich nicht treffen kann Dann laufen wir hier schnell weiter Pop, 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 pop Okay, wir müssen dann da wohl gleich weiter Hier liegt eine Granate Ah, okay Ja, jetzt sind ja auch alle tot Und laufen wir mal hier direkt weiter Okay Okay, hat nichts gebracht Oder so, halt Ähm Das war mit dem Air Support Den er geholt hat Und das ist der Kurier Der Typ, den wir da Den wir da schnappen müssen Was haben wir hier? Hier ist nichts Doch, der Lack-Munition Und Medikit Sehr gut Da kommen wir nicht weiter Und hier ist sonst auch Nicht viel Moving, moving out Okay Hier noch irgendwas Läuft der Kurier wieder weg Hier liegt sonst keine Munition mehr Medikit irgendwo was Nee Ah, hier mein Medikit direkt Okay Okay, kommt hier irgendwie Äh Heavy Luftunterstützung Äh Starke Schwere Luftunterstützung Hier explodiert auch gleich Die ganze Map irgendwie Da waren noch zwei Kollegen Was haben wir hier? Hier haben wir nichts Da liegen Bazookas Und ein bisschen Munition Oh, gucken wir mal Was hier los ist Was hier so los ist Okay Okay, der ist nicht nett Der Panzer Okay, okay, okay Ich hoffe direkt hier weiter Oh, ich kriege Schaden Durch, durch kaltes Wasser Ah Bop, 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 bop Ui Das ist er Medikit Kevlar Munition Ah, und der Bazooka Sehr gut Ja, dann werden wir die mal Wie ganz einfach platt machen Bam Warum muss ich jetzt hier weiter Ah, da, okay Dahinten ist der Gang Hat der Panzer glaube ich Auch aufgeschossen Und hier liegt natürlich Nichts mehr Dann laden wir die Uzi noch nach Und hier liegt noch ein bisschen Medikit Bisschen Munition Ah, okay Ist gut Ah, ich habe ein bisschen Angst Jetzt Okay, der war von dem Vordach Von dem Haus da erschlagen Äh Ich wollte gerade sagen Ich habe ein bisschen Angst Über das Eis zu rennen Oder Klaas Oder was auch immer Das ist hier Ja, ja Habe ich mir schon gedacht Wenn ich durch Mitte laufen würde Dann kriege ich wieder Hier Erfrierungszustände Auf jeden Fall Ist der Party Erstmal beendet Also Wir sehen uns beim nächsten Mal Und dann geht es direkt weiter Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.